Hier ist ein Turn-Up-Dick-Au! Jetzt erstmal das allererste Call of Duty Black Ops 2 Video, was ich je erspielt habe In Zombie-Modus mit meinem besten Kumpel früher Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr lang her Oder knapp ein Jahr und zwar 360 Tage dürfen das jetzt sein Wo ich das hochgeladen habe und ich wünsche einfach viel Spaß dabei Und ich hoffe, ihr versteht den Humor Und ja, Freunde, das ist übrigens mein alter Kanal noch gewesen Und ja, schreibt einfach mal eure Meinung zum Video rein Und ja, viel Spaß dabei! Deine ganze Sammlung ist schon voll Arnal, Vaginal, Oral Willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Video mit den Bennet Moin, sehn ihr Bitches So, wir spielen mal wieder eine neue Spiel-Modi und zwar den Zombie-Modus in Black Ops So, ich wollte mal sagen, wir starten mal gleich, ne? Nee, bitte nicht So Ja, wir nehmen mal Überleben oder Schmerz, weißt du, dann Überleben Überleben, also Schmerz Ja, genau Viel Spaß Okay Okay Machen wir das jetzt mit Team oder? Ah, egal Nein, 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 nur wir beide Ich glaube, wir beide sind auch jetzt alleine, oder? Ja Nee Ja? Ja, weiß ich Da steht das Spielersuche Alter Du bist wieder viel zu inkompetent dafür Warte Nee, Mann Wir machen So, pass auf Eigene Spiele und dann Yeah, du hast es Ballet Nicht acht Ja, genau, Überleben Was ist acht, sagt er? Ja, ja Schwierigkeit Original, ne? Ja, ja, ja Mach auch Profi, wir haben es ja so drauf Ja, okay Ist Profi Okay Das ängert mich gerade übelst, ne? Meine Glühbirne ist gerade durchgebrannt, ne? Alter Tja Loll, bist du raus, oder was? Ja Ja Ja? Ja Ja, warte, ich join wieder Ja, okay Nee, morgen ist Silvester, weil wenn das Video draußen ist, ist morgen Silvester Ja, ach so Weil wir Silvester nicht da sind, wir sind natürlich in Hamburg Ja, auf dem Kiez und auf der Reeperbahn Ja, überall sind wir Überall, auch in Köln, nein, Spaß Nee, auf jeden Fall sind wir in Hamburg und wir müssen uns jetzt mal, deswegen nehmen wir das Video jetzt schon auf, damit wir, ne? Wenn wir in Hamburg sind, uns das im Puff angucken können Nein, nein, Spaß Ich kann ihn nicht joinen Warum legst du übelst lange? Das legt übelst lange, ne? Ich kann ihn nicht joinen Warum das denn? Weiß ich nicht Das ist ein Swipe-Tritt Okay, egal, wird das halt ne längere Runde Ist so, kann man jetzt machen Aber das ist ziemlich komisch, wenn du nicht joinen kannst Ja, du bist, bist du noch im Ladebildschirm? Ja Ach so, deshalb wahrscheinlich Das würde gleich abbrechen, wenn wir, wenn ich alleine im Ladebildschirm bin Naja, eigentlich nicht, du solltest eigentlich reinkommen Okay Also wenn du drin bist, sag Bescheid, dann kann ich dir auch joinen Ja, alles klar Diese geile Musik, siehst du übelst geil So Gucken wir mal kurz die magische Miesmuschel Ach ne Oh nö, die hab ich gar nicht mehr Och man, oh Ja Ich hab sie auch nicht mehr Warten auf 3 Warten auf Herausforderung 13 Was soll denn das jetzt? Was soll das denn? Ja, du bist egel Okay, übelst, übelst Ja, jetzt geht's Geht, bist du drin? Ne, jetzt steht der Warten auf Andres wieder Oh nö So, jetzt, jetzt, jetzt Ah ja, ich kann ja auch jetzt joinen Okay Und mir ist kalt Liebe Leute Oh, da sind wir schon in der Runde Oh Schon, seit so langer Wartezeit Was? Oh, ich kann dir zugucken Super Warum das denn? Ja, weil Weil wegen ist so Weil ich reingejoint bin Und die erste Runde muss ich immer warten Oder eine Also muss ich jetzt alle erstmal töten? Ah, das geht ja schnell, ne? Ja, das packst du schon, ne? Ja, wo sind die denn? Die Dinger Auf jeden Fall ist die Kiste da oben Da ist noch ein Pisser Oh Ich sag erst Ah, du hörst eh nicht auf mich Was denn? Du sagst da oben, ne? Aber da hast du die erste Kiste Ich hab gesagt Messer, die you do Ba 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 Warte, mit F na? F? Ich brauche auf dich, Frau Kopf Okay Warum kann ich nicht messern? F oder was? Ja, das ist, das sind andere Einstellungen So In den Kopf Hm Oh fuck, ich bin müde, das ist noch nicht mal so spät Oh Ja, übel Acht Schuss Ich will auch mitspielen Doppelte Punkte Doppelte Punkte? Kauf dir das nicht, kauf dir es Oh mein Gott Oh oh Nein Nein Hätten wir so aus der Kiste irgendwas rum können Nein, du holst so ne Scheißwaffe Ja, ich kann nicht messern Ich kann nicht messern Egal Und ich kannst du messern? Ja, keine Ahnung Ja, drück alle Knöpfe einmal Ne, man, dann flieg ich raus, das ist Runde Oder nimm die Aufnahme auch Erbreche ab, ah, da bist du Ja, siehst du so Nice Okay Okay Du hast viel zu viel Geld, jetzt kauf mal frei Nein, jetzt so Okay, fahr Will der jetzt spielen oder was? Ja komm Ja komm Piu Piu Nein, okay Okay Eigentlich wo oben ist die Kiste Dieser Wichser Verdammte Wichser Wo muss die Kiste Ich sag irgendwas mal zu dir Ja warum schießt du eigentlich? Weiß ich nicht, weil ichs kann Ey, ey Ey Muni hab Yo Ne, aber so müssen Das ist die für mich Ich hab keine Kiste Okay, du auch Daffelte Wunde Ah, die Kiste Ja, du kannst eh noch nichts kaufen Oh, oh, warum ist die so ein Ding? Instacill 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 Okay Da unten ist Tobi Ah, hab ihn Hab dich gerade noch so gerettet, weißt du? Was ist die für ne Mucke, Alter? Hinter dir Quick Quick Rewrive Ist das Okay Du 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 Naja, mal gucken wieviel Frauen sich Bennet klar machen wird Auf'n geht's Mh Ja, wir haben noch so ne kleine Wette laufen Haben wir? Haben wir Haben wir? Ja Ja, wer macht die meisten Frauen dann einen Abend klar, ne? Mh Was sagt er? Definitiv Ich wollt grad sagen, wenn du sagst ja vor der kurzen Zeit noch ne Freundin Hatte ich ne Freundin? Hattest du nicht Nee, ich wollt nicht von mir selber reden Okay So, jetzt rücken wir den letzten Zombie raus, ey Wo ist er denn? Ja, er hat sich verstippt Ah, ich weiß so, ich weiß bestimmt wo er ist Achso, ein Lava-Degen ist nicht so gut Okay, nein, ich weiß noch nicht wo er ist Ich hab ihn Ah, ich hab ihn Oh, das war Oh, da gibt's noch keine Maximumni So, das ist direkt die Strafe Arsch Was denn? Dass du maximale Muni hast? Weißt du das? Sch Sch Ja, das ist das hier Ey, guck, das kostet nur 10 Ja, nur 10 Ja, ich kann die Währung nicht lesen, was ist das? Er sagt 10 Ja, 10 Kaufe es dir Kann ich mir nicht Naahm Lars, jetzt pass auf, ob hinter uns was kommt und glaub mir nicht meine Zombies Oh 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 Ja, da aus dem Fenster Türrahmen such Neee Kann schon, ey Türrahmen Fenster Du hast schon gedreht Yeah Hey Ich würde drehen mal mit Dreher für mich mit Ja Drehen mal bitte für mich mit Ey, hier ist alles voll Hallo Ist voll, hier sind zwei Zombies Hier ist es schon Ja, es ist voll für mich Los Okay Los Was ist los mit dir? Kommt da einer oder was? Ja Nee, ist keiner Keine Angst, ich beschütze dich Ist er echt? Ich weiß es nicht Ja, er lädt nach Ich will mein Ding haben Ist keiner Ist keiner Oh, ich gehe hier runter Ist mir zu assig Gott Du, 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 du Einfach da oben wieder rein wallern Kriegsmaschinen ist eh voll für mich Ahaha Oh, Heidi Übel Aus so ner Entfernung Heidi Oh, uoah Ubeleck Jo Bist du rausgetappt? Nee Du? Nein Ja Das liegt dann am Internet Nein, keine Ahnung Das liegt doch schon die ganze Zeit Übeleck Ah, jetzt geht's Ja Ah, schlecht Junge, du kannst nicht deine Pornos downloaden, wenn wir am Spielen sind, das Ja, lass mich Ich brauch noch die Lassen Ja, die kleine Asien Ich brauch noch meine Sachen Ja Meine ganze Sammlung ist schon voll Arnal Vaginal Ahaha Ahaha Oh nein Ahaha Mhm Okay Hey Hello motherfucker So Okay Na, hier ist jetzt nichts Welche Runde sind wir gerade? Achja Steht er da? Ne Wie viele Runden gibt es eigentlich? Weiß ich nicht Was? Bin und hat erst 8 Kills? Nein Spaß Was? Ich hab echt gedacht Die hab ich alle geklaut Hey Oh, was ist das? Wenn ich ne ordentliche Waffe hab, geier ich dir sowieso alles Oh, was wollen sie? Ich nehm dir alles Dein Haus Deine Frau Ist hier einer drin? Ich seh's Ja, hier ist Sag, ich hab keine Waffe Oh, Digga Ich bin ganz alleine oben Oh, ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich bin am Fahrracken Uh, uh, ha Oh, voll in die Müse Äh Oh Das weich nicht Ja, toll Schreiner Ja, ja, ja Schreiner Gib ihn Ich hab keine Muni Ich muss hier weg Ich kann nicht sprinten Er ist der Boss So Digga Oh Übel leck Übel Schon wieder Was machst du denn? Ja Nein Was ist das für ein Fälle? Ich bin am Bildertisch Oh Digga, wenn jetzt einer von vorne kommt, ne? Ey Das leckt Ich kann jetzt Ah, jetzt geht's wieder Oh, gut Ich hab alles Egal Leute Jetzt ist vorbei Jetzt ist Jetzt raste ich Ja Ach, vier Ganaten haben wir auch noch Nein Wo geht's denn da rum? Wie messerst du? Nicht dich Ne, wie messert man eigentlich? Also ich kann die Ich hab Messern bei mir auf E Ich hab sowieso bei mir alles umgestellt Auf E Eigentlich ist es doch auf F Oder nicht? Kein Plan Ja, bei mir war das eigentlich auf C Aber ich hab's trotzdem umgestellt Wie gesagt Auf C Ah, auf V Genau F war ja bei Battlefield 4 Genau Jetzt runde snipen Hier ist mit Schon Revolver, Alter Sauber Yeah, Revolver Revolver So Aber Bennett Aber Bennett Aber Bennett Nimm ein Baby aus dem Mund Deine Kalt ist doch noch auf der Eichel Das ist eine Schnauze Ne Nicht? Du denkst wohl das sind deine Aber es leckt grad übel, deswegen sind's meine Oh, lauf mir doch nicht immer hinterher, ey Es leckt so Aber Junge, was machst du denn? Alle, wenn das nachher in den richtig hohen Runden passiert Und das Ich fahr einfach zu dir und auge Leckt das bei dir auch? Leckt das bei dir auch so? Leckt das bei dir auch so? Leckt nicht bei mir Junge, du hast ein 130er Ping Ehrlich? Ja, was hast du für'n scheiß Internet? Bei einer 100 Kader, du Das kann gar nicht sein Stoll, das kann nicht wahr sein Oh Übel Du bist auch ein Bohnen Du bist auch ein Bohnen, sag das doch Ja Ah, durch die Lava Das siehst du auch nicht, ne? Was muss ich jetzt machen? Ja, mich wie Hast du noch nie das gespielt? Du willst dich verarschen? Lars, wenn du Oh Übel Was? Was ist passiert? Warte, du bist für ein Lappen Runde 5 Egal Mit Moritz habe ich Runde 2.30 oder sowas auch noch nicht so Egal, egal, egal Egal Lass bitte Multiplayer spielen, ey Wir machen Multiplayer Ja, dann würde ich sagen, das war's von unserer kleinen Runde hier Oh, wie schlecht Oh, wie schlecht Du musst einfach weitermachen Nein, wir machen einen kurzen Cut Weil das leckt hier übelst Ja, Mann Das liegt doch nur an dir Ja, ich muss mal kurz hier was umstellen Keine Ahnung, was er grad wieder downloadet für Pornos Nein, Spaß Warte ganz kurz Achso Ja Alles klar, dann würde ich sagen, geht's nachher los nach Hamburg Und ähm Ja 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 und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen Abonnieren für besseren Sex Und Willst du noch was sagen, Wendet? Nö, ne Eigentlich nicht Abonnieren, favorisieren Leckt ihn am besten Was? Okay Und dann würden wir noch sagen Drei Zwei Eins Tschö